Die FIAB ProfiWork Salmo Fix Manuell, das Original aus dem Hause FIAB, ist eine innovative und ideale Schlachthilfe für den mobilen Einsatz, zum Beispiel auf Fischmärkten. Diese mobile Schlachthilfe ist der perfekte Helfer auf Fischmärkten, Fischzuchten und in kleineren Produktionsbetrieben. Die FIAB ProfiWork Salmo Fix Manuell ermöglicht es ohne Strom und Rückluft in nur einem Arbeitsgang Speisefische räucherfähig auszunehmen und perfekt zu säubern, ganz manuell. Der Speisefisch wird durch das FIAB ProfiWork Salmo Fix Messer geöffnet und durch nachfolgendes Ansetzen an die FIAB ProfiWork Salmo Fix Manuell komplett von sämtlichen Innereien befreit. Nach dem Abschneiden der Innereien durch das integrierte Messer werden die abgeschnittenen Innereien durch ein großes Fallrohr transportiert und in einem darunter stehenden Behälter gesammelt. Fertig ist der Schlachtvorgang. Die FIAB ProfiWork Salmo Fix Manuell. Werder mit dem Niedоре Hier sind die hooge Verrätig ist der Schlachtvorgang. Bezirat. Was ist das denn eigentlich ein Video? Wird deinggak